Okay, schnell, 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 schnell. Wir machen nochmal die Lautsprecher. Wo bin ich? Wir machen jetzt einfach die Lautsprecher. Ähm. Hallo, ich will das aktivieren. Ich will das aktivieren. Nein, nein, nein. Rüber, rüber, rüber. Das da aus. Okay. Zum Glück bin ich nicht allein. Strom wiederherstellen. Oh, fuck. Ich stehe aber gerade mit dem Rücken zu mir. Wenn ich Glück habe, kann ich hier unerkannt vorbeischleichen. Ich wusste, dass das Gehalt für diesen Auftrag zu gut war, um wahr zu sein. Okay, okay, okay. Wie geht es dir? Alles klar? Ja, ist alles klar. Oh, fuck, ey. Ähm. Kommt mir vor, als dünnen wir nur rum und warten auf den Tod. Ähm. Ja, scheiße und so. Fuck. Ah, fuck. Fuck. Gute Nacht, Kalkuda. Gute Nacht. Scheiße. 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 Ja, aber wie soll ich die lähmen? Also sind ja keine... Sind das... Ach, was weiß ich. Ich bin verwirrt. Ah, okay. Ein Versuch noch. Ein Versuch noch. Das kann man natürlich auch machen. Ja, ich hätte nur vielleicht dazwischen mich kurz verkrümelt sollen für ein Medipack. Aber... Was soll's. Was soll's. Okay. Also ich glaube, wir... Haben wir jetzt mit dem Lautsprecher aktiviert? So. Lautsprecher aktiv... Äh, Lautsprecher ist aktiv. Das heißt, die rennen dann da runter. Ich weiß, wo ich mich verstecken kann, glaube ich. Die Lobby ist da. Okay, 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 okay. Ich glaube, ich weiß, wo wir uns jetzt verstecken können. Ähm. Werden wir hier irgendwas? Genau, die Karte nochmal aktualisieren. Ach, nee, haben wir ja schon gespeichert. Okay. Ähm. Ich glaube, die wurden jetzt schon rausgelockt, oder? Nee, wurden sie nicht. Gut, dann mache ich hier die Tür auf, damit sie... Okay, jetzt kommt gleich die nächste Lautsprecheransage. Und dann renne ich hier wieder rein. Komm, Lautsprecher, enttäusch mich nicht. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Wir ziehen sich auf Androiden, alles klar. Ich brauche eine Gun. Ja, sehe ich auch so. Ich brauche dringend eine Waffe. Wenn ich jemanden töte, lässt er dann seine Waffe fallen? Weiß das jemand? Okay. Was ist denn jetzt mit dem Lautsprecher? Da oben, das ist, glaube ich, der Lautsprecher, oder? Oder ist das ein Licht? Das klappt einfach nicht. Ist das blöd. Scheiße. Äh, ja. Hier bitte mal rein. Und so. Leute, hier drüben, hier ist jemand. Okay. So, schnappt ihr das schnell. Dann gehen wir wieder hoch. Eine neue Datenzelle. Okay. Was ist das hier? Boah, das sind sogar vier Leute. Ich habe nur... Ich habe keine anderen Waffen, ist das Problem. Ich habe nur dieses... Waffen von Gegnern kann man nicht aufheben. Okay. Ne, ich habe nur diesen komischen Schraubstock da. Oh Mann, der soll sich verpissen, der Typ hier. Sonst werde ich ja genau von der anderen Seite gesehen. Hast du vielleicht eine aufgenommen? Okay, der ist weg. Strom wieder herstellen. Kann ich hier rein? Nein. Wir schaffen das, verspreche ich. Gar nichts versprichst du. Okay, wenn ich mich jetzt hier herstelle und den platt mache, dürfte ja eigentlich nichts passieren, ne? Okay. Da, ne, ich kann drehen, so viel ich will. Ich habe nur dieses komische Hammerzangen- Schraubstockding. Ich bleibe jetzt hier stehen. Warte, bis der kommt. Dann haue ich den kaputt. Weil die Tosi kommt, glaube ich, nicht hier rüber. Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Aber der Typ kommt hier rein. Waffen von Aro, wo immer wir das finden können. Psst. Okay. Psst. Das haben wir gut gemacht. Dort liegt die Waffe. Kann ich die aufheben? Nein, scheiße. Okay. Der Map-Bereich. Keine Ahnung. Achso, das ist um die Lobby herum. Okay. Okay. Ähm. Wir basteln uns, falls wir können. Das ist noch schnell ein Medikit. Okay. Denn vorhin, wir hätten es fast geschafft, aber das Leben war zu knapp. Kann ich das nur benutzen, wenn die steht? Hallo? R erhalten zum Aktivieren. Alles klar. Okay, also hier sind wir schon mal nicht weitergekommen. So, ist da unten irgendwas? Da könnten wir vielleicht hin. Okay. Okay. Wir machen jetzt eine Mischung aus Schleichen und Killen, würde ich sagen. In dem Sektor müsste ein Revolver zu finden sein. Das wäre schön. Oh, guckt euch das an. Wie abgefahren sieht das denn aus? Und jede Menge Weltraummüll. Egal. Krass. Jetzt wird mir aber auch klar, wie riesig das ganze Ding ist. Scheiße. Die Tür ging nicht auf. Ist zum Verstecken. Ich will mich aber gar nicht verstecken. Ich glaube, sie ist nach unten. Na los. Ich gehe da nicht runter. Kommt nicht in Frage. Sie hat einen Hacker. Das hat nicht funktioniert. Wir finden einen anderen Weg nach oben. Wir sind schon zu lange hier. Okay. Von wo kommen die? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob die jetzt runterkommen. Was? Irgendwie fällt da was ab von deiner Station. Sollst du es mal renovieren? Ja. Da war das Budget in letzter Zeit so knapp. Ging nicht. Sparmaßnahmen und so. Ich glaube, das stand sogar noch vorhin da. Deswegen wurde die Station noch, glaube ich, geschlossen, ne? Mit einer Knarre würde ich mich jetzt sicherer fühlen. Ich meine, klar, auf der anderen Seite würde das Alien wahrscheinlich anlocken, aber... Scheiß drauf, erst mal die loswerden. Bitte alles versoffen? Ja, die Crew hier bestimmt. Nein, 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 nein. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Steht da auf dem Zettel? Okay, okay. Alles klar. Scheiße, ich hab das blöde Ding gehört. Oh, Mann. Jetzt drauf warten, dass es kommt oder... Oder rausgehen. Ich weiß es ja nicht. Also in Outlast sind wir ja eigentlich mal ganz gut damit gefallen, dass wir im Schrank geblieben sind. Egal, was passiert ist. Eiskalt im Schrank geblieben. Ja, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass das Alien sich die anderen Typen gerade gekrallt hat. Das wäre... Hätten wir eine Arbeit weniger, aber auf der anderen Seite... Im Alien will ich mich jetzt auch nicht so unbedingt anlegen. Ah, hier können wir durch das Ding schlüpfen. Scheiße, ich hör's doch. Das ist doch bestimmt hier. Oder war das gar nicht das Alien, sondern es war das Ding hier? Also da würde ich ja lachen. Also ich sag ganz ehrlich, in den Schächten hier will ich dem Alien nicht begegnen. Komponente B. Also Schrott haben wir jetzt erstmal genug, würde ich mal sagen. Deswegen, ähm, lassen wir den Schrott mal hier. Ähm, sind wir das? War das überhaupt das Alien? Weiß man nicht so genau. Ne, weiß man nicht so genau. Kommen wir hier denn raus? Ähm. Achso, nur auf der anderen Seite. Alles okay. Wir brauchen so ein... Wir brauchen so ein blödes Ding jetzt. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Keine Ahnung. Ähm. Ähm. Das macht mir gerade Angst. Ja, ich glaub, 5 kommt ungefähr hin. Ähm. Was sind das für Geräusche? Ich hab ein bisschen Angst. Ähm. Was ist denn das hier in einer Natur? Häh. Ja, endlich. Wir haben eine Knarre. Okay, wir haben nur 6 Schuss, wenn ich das gerade richtig gesehen hab. Okay. Okay. Aber ich glaub, gegen das Alien bringt das nicht so viel, ne? Äh. Nein. 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 Okay. Jetzt werde ich gleich zu Ram, oh ja. Ja, ja. Okay, ich glaub, das Alien-Ding wollte mich nur erschrecken. Das kommt gar nicht. Oder? Hört ihr was? Hört ihr was? Ich hör, glaub ich, nichts. Okay. Doch, ich hör was. Hier, du im Schrank bist, ist das Alien 10 Mal da. Ja, wahrscheinlich. Ich fürchte, dass wir da hin müssen. Da ist Alien. Kotze, Rotze, was auch immer. Also, es ist bestimmt da hochgekrochen. Wir haben doch eine Schlüsselkarte vorhin eingesammelt. Wofür war die dann? Finden wir hier vielleicht irgendwo noch eine. Hier vielleicht irgendwo. Nee. Okay. Dann vielleicht hier irgendwo. Nein. Okay. 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 Immer nach oben gucken. Ja, ne, diese blöden... ...Lüftungsdinger. Kann ich hier irgendwo hin? Da. Aus solchen Sachen kann es rauskommen. Da habe ich ja mal wenig Bock drauf. So, kann ich das da öffnen? Gerät unzureichend. Was zur Hölle ist hier nur los? Okay, liegt auch nichts. Was macht das? Nichts gescheit. Okay. Ich sehe nicht. Okay. Hüi. Oder geht nochmal noch los?